ja sei gegrüßt zu einem neuen video wir spielen wieder republik und wir befinden uns hier wie sie sagte im terminus kommentiert kontrol und 2 aber ter e1 also terminus 1 ich kann mal gucken was die karte dazu sagt weil das ist nämlich riesengroß wahrscheinlich da steht auch schon terminus da brauchen wir einen schlüssel da hinten sollen wir rüber hier brauchen wir auch ein schlüssel hier unten und darum ist auf vier abgesicherte teils da kann man nicht durch ich kann aber kommen nächste etage na wahrscheinlich sogar hoch oder so auf jeden fall müssen wir hier über gut ich hoffe da rennen keine leute rum liebe fünf noch hier unten darum kommen natürlich nicht gut dann geh mal hier ist niemand oder nee kann ich sie hier laufen lassen ach nee es wurde gesagt wir wollen sie nicht wecken oder es ihn wie auch immer da sollen wir rein dann gehen wir da mal rein was ja wir sind nämlich in letzter folge rein zufällig durch so einen schacht durchgerannt ich dachte da sagt er mir gleich wieder oder sagt sie mir gleich wieder ich brauche ein schraubenzieher sonst komme ich da nicht durch so wie es eigentlich sonst immer ist aber war diesmal nicht so ich gehe dadurch weil sie dadurch soll so mal kurz mehr auschecken okay man sieht halt nicht hinter die räume wie wieder aussieht ist offen also gehen wir stelle ich weiß es nicht auf jeden fall flüstern wir jetzt hier noch jemand ist also hier ist die lügenzeitung das der lügenblatt warte mal ist da wieder nee ach so aber guck mal hier punkte wie eine menge good morning fellow citizens it is morning in metamorphosis belles are sounding awakening us to a new dawn a new era for this reason we must approach the day with fresh blood bold thinking and a return to the unbridled optimism for which we are now famous to world over our nation's paper of record the evening standard served us well in our early years but lately it cries out for recalibration rebranding we have decided on a new day and with that new name comes a new face i think you'll agree there is nothing standard about the woman standing next to me and so without further adieu please welcome our new editor-in-chief of the morning bell the exquisite matilda say thank you headmaster please call me matty ach so matty matilda ist diese zeitung nur für diese einrichtung hier oder für die ganze welt ich weiß gar nicht oder für die ganze stadt vielleicht gibt es ja eine stadt da oben das heißt der direktor hat nämlich jemanden eingestellt für die zeitung der genau das schreibt oder sie schreibt genau das was er will keine ahnung was mit der vorherigen chefredakteurin geboren also was aus ihr geworden ist aber ich glaube ja das alles so inszeniert damit es so läuft wie er will gut morning bell ist natürlich ja hier arbeiten die halt von der seitung ich würde gerne hier vorne reingehen deswegen habe ich noch mal auf der map gekiekt gekiekt ich habe dich noch mal auf der karte gesehen gute idee hier können wir aufladen ja na klar die batterie doch nicht da rein bist du doof denn hör auf damit komm mal wieder raus obwohl ist eigentlich egal ne batterie ist voll wir können hier halt wieder was neues kaufen ich würde sagen sieht so lang aus der raum ähm normalerweise sehen die räume alle gleich aus bestimmte PRISRAG in dieser Umgebung haben sich selbst mit Gas-Grenäten der Effekt wird seinen Tarketen unbewusst süße Träume ach vielen vielen dank ok ja ist jetzt nicht viel ne gut dann lassen wir das noch wieder und gehen wieder gibts hier noch was ne ne mehr ist nicht achso sie kann aber noch mal äh was looten ne ein Peppa Spray genau P0 gut wir gehen da wieder raus und dann gehts nämlich nach rechts also hier gerade zu erst mal ja verstecken denn sehen wir uns um noch sehen wir nicht viel guck mal da rennt nämlich schnell rum mit einem helden das heißt da brauchen wir den Tesern kein Peppa Spray falls notwendig wir müssen da wahrscheinlich lang so wie das aussieht genau also bis hier hinten ran er hängt er gammelt dazwischen irgendwie ab ne ist er ein Gang weiß ich gar nicht Terrorists almost certainly planted explosives inside metamorphosis das ist das ist ok ok da hat er Scheiße geschrieben und sie fand das kacke ok mhm wir gehen hier weiter also hier denke ich mal lang wa na dann los aber er guckt in die Richtung das ist das Problem deswegen weiß ich nicht genau äh ich schick sie mal hierher an den Tisch ok sie geht da lang nein warum bleib da bleib da bleib da ach sie kriegt da durch interessant ok wir haben uns jetzt hier versteckt wo ist er jetzt hin ach er hat sich nur umgedreht kurz ach guck mal wir können hier was öffnen oh ja 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 weiß ich schon weiß ich schon brauchen wir nicht erzählen runter runter mit der Köpfe gut äh wir gehen ach wir kommen auch hier durch ne gehen wir von aus so zwischen die äh Büros und so weiter so ne wir sollen ja da lang ne nach geradezu das ist etwas verwirrend auf jeden Fall rennt er hier in der Mitte jetzt auf und ab also müssen wir irgendwie außen lang äh ich guck mal ob da eine Kamera ist ähm ja hier oben sehr gut sehr gut und wir sollen in diese Richtung dann geht es ja nochmal da lang warte ich nehme mal die hier oh ein Schroms hier den nimmt sie auch noch mit warte zack und dann gehen wir mal rein kommt sie ja schon rein ja ist offen gut alles klar nicht verschlossen so ist das halt in so einer Zeitungsredaktion da sind keine Türen irgendwie gesperrt oder so keine ahnung warum hä warum schläft sie ja sie ist da ist es da ist es da ist es da ist es die 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 I used to, until one night I went to bed with the devil. I woke up regretting it, but I did it again the next night, and the night after that, and every morning I'd look at what I'd written and issue an apology. But that wore me out. Sincerity is exhausting. So I started faking it. As a woman, you learn to fake an apology. As a woman journalist, that's all you end up doing. So what's your story? I'm escaping. Good luck with that. Do I have a chance? Stupider people than you have gotten further in life with less help. You do have help, right? No. I see. Well, I thought I heard you talking to someone earlier. So what's your plan for getting to the surface? Because there's a pair of armoured prisrack upstairs who like their jobs too much to let some empty-headed twit with a stolen mobile get the better of them. No offence. None taken. Well, I know a way to remove them. No blood. No violence. You won't have to get your hands dirty. You know what a news office calls their archives? They call it the morgue. The place where old news goes to die. But sometimes we'll bring a story back to life. Sometimes we'll raise the dead. Are you willing to summon a ghost or two? Yes. Then let's see which poor souls we're dealing with tonight. Edwin Chung and David Bowen. There are two data hubs on either side of Terminus. Atlantic and Pacific. Getting to them won't be easy, but you'll manage. Go, now. I don't understand. What do we do when we get to them? We? Me? Me? Right. Find the Pacific and Atlantic servers. I'll call you when you get there. Hey? Is this a connection or what? Let's see what we have here. Worse! Every last word of it. This isn't how I thought I'd spend the eve of the arrival. Oh, Mr. Octavo. I am so sorry. I must come to terms with the fact that I'm at least partially responsible for your death. And now I sit here, adding insult to injury, writing more lies on the wall of your coffin. I'm done. I've ruined enough lives. I refuse to take their afterlife too. Okay. Say it. Ach so, das ist die Chefredakteurin, ne? Und sie seufzt. Und sie hilft uns, komischerweise. Keine Ahnung warum. Auf jeden Fall sollen wir schon mal los. Wir haben jetzt neue Ziele, so wie das aussieht. Mal gucken, was Cooper dazu sagt. Der sollte, denke mal, auch gleich wieder anrufen. Guck mal, da stand jetzt gerade unten rechts. Das macht er aber nicht. Überhaupt nicht, das garantiere ich. Okay, da rennt immer noch so ein Typ rum. Wir haben jetzt ein neues Ziel und zwar... Wir haben die Karte auf jeden Fall jetzt. Haben wir die jetzt? Tatsache, wir haben die wirklich. Diese Karte, Kompliment von Maddy Sade, operiert der Serviceelevator, geht zur Verfügung. Ach so, alles klar. Also komplett zurück und, ja, mit dem Elevator hoch. Dann wollen wir mal. Es ist zu weit weg. Dann geh da hin. Hä, was soll das überhaupt sein? Obst du, ich kann sie zu weit wegschicken? Ich würde so denken, wie... Genau, geh mal da hin. Kommt sie da rüber? Ich weiß es nicht. Wir probieren es mal. Ne, sie kriegt da durch. Oh, Cooper ruft an. Dann bleibt mein... Well then, it would seem, Miss Sade is stewing in a broth of remorse and hard alcohol tonight. However, she does have a solid plan for dispatching those two Prisraks at the Serviceelevator. I advise you and the girl to follow Maddy's lead on this. Drive safely. Okay. Oh, guck mal, hier haben wir noch was. Eine E-Mail. Aus der Zeitung. Also wahrscheinlich irgendwas bloß. Da hat gar nichts mit der Geschichte zu tun. Mal gucken. Äh, ich habe die Aufnahme meines Interviews mit dem Direktor verlegt. Sei doch nicht, äh... Ne, sei doch nett und denk dir einfach etwas aus. Direkte Zitate sind okay. Achtung nur darauf, dass er klüger klingt als ich. Also wird... Es... Die Zeitungsartikel sind tatsächlich alles Lügen. Wenn du kein Impfter-Interview bekommst, dann musst du dir eben dein Interview selber erstellen, irgendwie, ne? Seltsame Sache, alles gut. So, hier kommen wir, glaube ich, irgendwo wieder raus, ne? Irgendwo kommen wir hier wieder raus? Was ist das hier überhaupt? Warte mal. Ja, genau, gut. Alles klar. Hier sind wir richtig. Aber hier kommen wir nur mit der Karte durch, oder was? Ne, sind wir davon da nicht gekommen? Ne, wir sind von der anderen Seite gekommen, glaube ich. Oder? Ich bin verwirrt. Ne, guck mal, davon saßen wir halt. Alles gut. Dann gehen wir mal hier wieder raus. Oh, Bucker! Hört ihr mich? Hallo, die beiden von euch. Mein Name ist Mati und ich werde dir heute Abend sein. Sind Sie noch zurück in der Terminus? Geh an und wähle eine der zwei Serverwände, Atlantik oder Pazifik. Wir werden uns da reinkommen, wenn Sie da kommen. Die beiden, die da vorne wach halten, ne? Die wohnen jetzt so verteilt von Mati. Also ist Mati doch eine Verbündete. Wir befinden uns jetzt wieder hier vorne beim Terminus. Und wir sollen jetzt da drüben hin. Da ist ein Schlüsselsymbol. Ich denke mal, dass die Karte uns da reinbringt. Hoffe ich jedenfalls. Gut, dann wollen wir nochmal rüber, wa? Zack, einmal hier hin. Quatsch, Schlüsselkarte erforderlich? Habe ich doch noch nicht. Will? Okay. Dann finden wir einen anderen Weg. Warte mal. Dann gehen wir erst... Ne, da drüben ist vier. Also sollen wir erst nach rechts und dann nach links? Ich weiß es nicht genau. Ähm, dann wollen wir mal. Dann gehen wir mal zur rechten Seite. Ich muss da Kamera wechseln. So. Ich weiß, wir haben jetzt nur zwei Ziele. Wir haben doch einen Schlüsselkarte oder nicht? Oder soll sie da hin? Und öffnen? Ich weiß nicht genau. Ich probiere es mal. Aber von dort sind wir da gekommen. Ne, von da unten sind wir da gekommen. Stimmt. Durch den Lüftungsschacht. Wir haben ja keine Tür benutzt. Na, nun geh mal schneller. Aber laufen dürfen wir ja auch nicht. So, sie ist durch. Weil sie halt die Schlüsselkarte besitzt. Jetzt kommen wir jetzt hier weiter. Gut. Schauen wir mal. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder irgendeine kurze Sequenz. Ne, doch nicht. PAZ vorn. Oben eins. Dort sind wir auf jeden Fall jetzt. So, was haben wir denn hier? Temperaturen. Data keeps past when chilled. Warte mal, komme ich von hier oben rüber? Ne, wirklich nicht. Okay. Hier ist aber wieder so ein Schacht. So ein Lüftungsschacht. Da unten ist wieder irgendwas. Hier ist ein Spind, wo wir wieder was looten können. Zum Beispiel. Da drüben ist noch eine Tür. Aber die ist unrelevant. Guck mal, hier ist so ein... Ach, guck mal, zwei Wachen. Der eine hat einen Helm auf, der andere nicht. Wir sollen einfach gerade zu. Also... Ich denke mal, wir ignorieren alles andere. Auch wenn man sich eigentlich umgucken müsste. Ach, der heißt so Pacific-Server. Deswegen, ich dachte, wir sollen jetzt so verreisen, sonst wo hin. Aber die Server heißen einfach so. Gut, das wäre alles klar. Dann sehen wir uns mal in der nächsten Folge hier beim Pacific-Server um. Dann gehen wir halt drüber. Okay. Wir gehen auf jeden Fall oben lang. Bei dem Typ, der halt ungesichert ist. Bei dem können wir wahrscheinlich mal einen Teser anwenden. Was wir noch nie gemacht haben. Ja, und dann machen wir das mal. Hier unten ist auch noch was. Pacific-Server. Hier unten. Mal sehen. Wir werden das hier alles schon schaukeln, das Schiff. Gut. Na dann. Schönen Dank fürs Zusehen. Und bis zur nächsten Folge dann. Bis dahin. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.